Moin moin Leute und herzlich willkommen zu den besten Klassen für Juni 2023 für Dragonflight Mythisch Plus bzw. auch Raid. Wir gehen hier aber hauptsächlich auf Mythisch Plus ein, aber natürlich auch den Raid kurz. Wir fangen an auf der Seite raider.io und hier ist es mal wieder so, dass aktuell die höchsten Keys getimt worden sind. Tiefen Full auf jeden Fall ist auf 26, Tiefen Full auch schon gleichzeitig der leichteste Key, aber es geht natürlich um die besten Klassen. Hier sehen wir mal einen Freihafen 26, sehr nice und Prackenfellhöhle ist auch relativ leicht. Also die leichtesten Dungeons mit Abstand am leichtesten Tiefen Full, dann Freihafen bzw. Prackenfellhöhle teilen sich Platz 2 des leichtesten Dungeons. Und hier sehen wir auch schon einen Rachsuchtsdämonenjäger als Tank, ist natürlich auch die WoW-Legende now, aber generell Rachsuchtsdämonenjäger scheint am kommen zu sein, haut brutal den Schaden auch raus. Aber natürlich weiterhin hier auch der Schutzpaladin natürlich vertreten. Schutzpaladin ist, würde ich sagen, weiterhin der beste Tank, wenn man Random Keys läuft. Einfach für ein paar Gruppen sehr, sehr gut. Aber man sieht hier auch einen Wächterdroiden sogar auf Platz 2. Das ist krass und dann hört es halt auch schon auf, ne? Das sind so aktuell die besten Tanks, Schutzpaladin, Rachsuchtsdämonenjäger und Wächterdroide. Wir können mal auf Seite 2 gucken, ob wir hier noch was anderes finden. Aber hier sieht es ähnlich aus. Wächterdroiden, Rachsuchtsdämonenjäger und Schutzpaladine. Gehen wir mal auf Seite 3. Dann hier auf Seite 3 haben wir mal einen Plut-Todesritter gefunden. Und ja, wir gehen mal bis auf die Top 100 hier durch. Weiterhin noch keinen Schutzkrieger gefunden. Das ist schade oder ich war blind, aber ich denke, hier ist der erste Schutzkrieger dann mal zu sehen. Und ja, das ist dementsprechend auch schon die Rangliste für Tanks eigentlich so grob zusammengefasst. Gehen wir weiter zu den Heilern. Hier sieht es balanced aus. Also muss ich wirklich sagen, bei den Heilern generell schon seit langer Zeit ist es hier gefühlt am fährsten. Weil man hier wirklich fast jeden Heiler spielen kann auf hohem Niveau. Weil es auch einfach so ist, Heiler muss jetzt auch nicht so viel machen. Und wenn die DDs und der Tank richtig spielen, ist der Großteil geschafft. Und der Heiler ist dann schon fast relativ egal. Glaube ich zumindest. Aber gut, hier auf jeden Fall auf Platz 1 Bewahrungsrufer. Ist natürlich ganz nice, aber Bewahrungsrufer ist, würde ich sagen, eher für Random Keys auch wieder nicht so geil. Und ja, soviel dazu. Ansonsten auf Platz 2 dann hier wieder Herstellungsschamane, Disziplinpriester, wieder Herstellungstroiden. Also ihr seht es schon, die ersten vier Plätze, vier unterschiedliche Heiler. Und dann hier sogar schon der fünfte Heiler, Heiligpaladin, auch gut spielbar. Und dementsprechend ist es wirklich sehr, sehr balanced. Das einzige, was man hier nicht sieht, ist natürlich der Nebelwirker, Mönchheiler. Der fehlt hier, aber sonst sind alle Heilklassen direkt auf Seite 1 vertreten. Gut, Heiligpriester spielt man anscheinend auch nicht, sondern eher Disziplinpriester. Aber ansonsten sind hier alle Heiler vertreten. Wir können mal weiter scrollen. Vielleicht finden wir hier noch irgendwo einen Mönch. Aber ich glaube nicht. Mönch ist leider Gottes wirklich der schlechteste Heiler schon seit längerer Zeit im Mythoschlussbereich. Das ist schade für die. Aber man sieht es, in den ersten Top 100 Seiten hier finden wir keinen Mönch, leider Gottes, als Heiler. Das ist schade. Und dann geht es weiter zu den DPS-Spielern. Hier haben wir natürlich den Klassiker, Täuschungsschurke auf Platz 1, Shadowpriester und Gleichgewichtstruide. Also eine Gleichgewichtstruide ist auch ziemlich, ziemlich stark mittlerweile geworden, habe ich das Gefühl. Und natürlich weiterhin Schattenpriester, Bester, Range-DD, 5-H-Plus, ist brutal stark, macht brutale DPS und bringt noch eine PI mit, um die anderen DDs auch nochmal mehr Schaden machen zu lassen. Aber auch hier bei den DPS-Spielern-Klassen ist es relativ gebalanced. Nicht wirklich, also man kann es einfach nicht balancen, weil es so viele unterschiedliche DPS-Klassen gibt. Aber trotzdem sieht man hier schon eine gewisse Varianz. Auf Platz 2 dann hier Verstärker-Schamane, Schattenpriester, wie auch schon hier oben und Furor-Krieger. Dann geht es weiter hier. Verwüstungs-Dämoniker noch am Start, Verstärker-Schamane ist wohl ganz gut. Generell, Melee sind immer ganz gut, Furor-Krieger ist ganz nice. Elementar-Schamane ist auch ganz gut. Dann haben wir hier mal den Feuermagier. Feuermagier funktioniert aber wirklich auch nur in eingespielten guten Gruppen und am besten mit einem Schattenpriester im Team. Aber Schattenpriester ist ja Meta. Dementsprechend kann man da Feuermagier ganz gut spielen. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass als Range-DDs, wenn man vor allem Random spielt, ist wahrscheinlich als Range-DD eher Schattenpriester. Also Schattenpriester sowieso besser. Der Devastation-Evoker ist auch besser auf jeden Fall. Verherrungsrufer, glaube ich, im Deutschen, als ein Feuermagier. Vor allem, wenn man auch keine PI bekommt. Elementar-Schamane ist besser als Feuermagier. Gleichgewichtstroide auch. Und dementsprechend, warum willst du eigentlich ein Feuermagier mitnehmen, fragt man sich da. Wenn man doch die anderen hat, die gleich oder sogar besser performen, vor allem auch nicht so abhängig sind von der Gruppe. So, man sieht es ja auch direkt, Feuermagier, da ist es dann meistens auch so, dass ein Schutzblatt in der Gruppe ist. Und dann geht es hier weiter mit dem Spielchen. Diese Klassen hier kennen wir schon, Schattenpriester, Verstärker, Schamane, Täuschungsschulge haben wir schon hier oben teilweise gehabt. Weiter geht es, auch diese Klassen immer die gleichen. Jetzt hier, man meint mal ein Retripaler, Retripaler ist auch sehr, sehr stark aktuell. Das wissen wir bereits. Und ansonsten auch hier wieder alles die gleichen Klassen, die wir schon bereits hier hatten. Also das sind so die Klassen. Eine Klasse, die zum Beispiel hier fehlt, ist auf jeden Fall der Jäger. Also Jäger haben eine wirklich brutale Zeit. Und auch Hexenmeister sind aktuell nicht so stark in Mythos Plus vertreten. Aber natürlich trotzdem spielbar. Man sieht es hier, es sind jetzt immer die gleichen Klassen. Hier haben wir mal einen Demo-Hexer. Relativ weit unten, aber trotzdem natürlich spielbar. Vor allem, weil es ja auch ein 26er ist. Aber ihr seht, 26er Tiefenfuhl ist natürlich auch einfach der leichteste Key aktuell. Aber das sind so die Klassen. Wir können auch mal hier weiter scrollen. Furorkrieger, ja immer die gleichen. Die haben wir schon genannt. Hier mal ein Zerstörungshexenmeister, auch ganz nice. Let's go. Ihr seht es, also man kann fast jede Klasse natürlich spielen. Hier mal einen Waffenkrieger dabei. Wunderbar. Also wir bekommen hier eine gewisse Varianz dann rein, wenn wir weiter scrollen natürlich. Und ja, das sind so die besten Klassen. Ihr seht es. Ihr habt eine gute Auswahl eigentlich. So, und jetzt gehen wir mal hier auf die Tierlist ein. Also das war ja gerade nur so die besten Klassen in den höchst getimten Keys. Aber die besten Klassen sind ja nicht unbedingt in den höchst getimten Keys vertreten, weil man einfach auch auf Statistiken guckt, wie viele Keys die Leute gemacht haben und in den meisten Keys einfach die besten Klassen vertreten sind. Aber man sieht es ja trotzdem. Est hier ist auf jeden Fall Schatten, Priester, Verkältungsgeleiter, die Enttäuschungsschurke, Gleichgewichtstruide, die haben wir auch schon gerade gesehen. Genauso wie Vorrohrkrieger, Verstärker, Schamane, Verheerungsrufer, Verwüstungsdämoniker, Windläufermönch, noch mal gerade nicht gesehen. Aber Windläufermönch, wirklich auch ein sehr, sehr starker Mili. Aber man will halt dann lieber Verstärker, Schamane, Vorrohrkrieger nehmen oder Chitriparler statt Windläufermönch oder sogar lieber eher hier ein Verwüstungsdämoniker, um einfach die Gleichgewichtseule-Troide noch stärker zu machen oder den Shadowpriester auch. Oder hier Defestation-Evoker. Und ja, Zerstörungshexenmeister hier noch sogar am Start im A-Tier. Elementarschamane ist gut. Und im B- und C-Tier sind so eher die Klassen vertreten, die jetzt nicht unbedingt die Beste sind. Und zwar hier auf Platz 1 Feral-Troide im B-Tier, dann Überlebenssäger, Gesetzgeblichkeitssturke, Frost-Todesritter generell. Todesritter und Jäger haben eine richtig harte Zeit aktuell. Im Müt-Schlussbereich sind nicht in den Top-Keys vertreten, weil sie halt eher schlecht sind, leider Gottes. Genauso wie Mages. Mages sind zwar noch oben vertreten, aber Mages sind auch nicht wirklich gut dabei, vor allem wenn du nicht in eingespielten Gruppen spielst. Und ja, Frost-Todesritter, Tierherrschaftsäger, Frostmagier, Demo-Hexer, Feuermagier, Arcan-Magier. Aber Arcan-Magier würde ich euch nicht empfehlen, in M-Plus zu spielen, im Raid schon. Und dann auf wirklich den letzten Plätzen hier, Treffsicherheitsfäger, Waffenkrieger, Unheilig-Todesritter, Meuchelschurke und Gebrechen-Hexemeister. Das sind also soweit die besten Klassen für M-Plus. Ich muss sagen, diese Liste ist sehr, sehr gut, stimme ich auch soweit überein. Gehen wir weiter mit den Tanks. Schutzballadin kennen wir bereits in ein paar Gruppen, beste Tank weiterhin. Aber wie gesagt, so ein bisschen am Kommen. Vielleicht überholt sogar der Raksos-Simonieger den Schutzballadin in eingespielten High-Key-Gruppen. Das kann sein, weil er einfach viel mehr DPS macht als der Schutzballadin. Und ja, dann noch Plut-Todesritter hier. Wächter-Droide, das finde ich persönlich nicht so richtig. Würde er den Wächter-Droiden mit dem Plut-Todes-Ritter tauschen. Der ist gefühlt besser als der Plut-Todes-Ritter. Aber gut, ist er ungefähr auf dem selben Niveau. Dann Braumeister-Mönch und Schutzkrieger ist leider letzter Platz bei den Tanks. Aber die werden ja jetzt auch gebufft. Und dann schauen wir nochmal auf die Heiler. Beste Heiler ist weiterhin Wiederherstellungsschamane. Aber bei den Heilern, wie gesagt, das ist sehr gebalanced. Ihr könnt eigentlich alles spielen bei den Heilern. Außer Nebelwirkermönch und Heiligpriester sind halt die schlechtesten. Aber sonst sieht man eigentlich alle fünf Heiler. Wiederherstellungsschamane ist gut. Wiederherstellungstroide ist gut. Disziplinpriester geil. Weil Bewahrungsrufer mag ich persönlich nie so in der Gruppe als Heiler. Aber ist auch gut, wenn man den spielen kann. Und Heiligpaladin. Okay, dann schauen wir uns mal ganz kurz die besten Klassen für den Raid-Bereich an. Bei dem Raid-Bereich ist es aber wirklich so, dass ihr alles spielen könnt. Weil da ist eigentlich alles egal. Weil das ja nicht unendlich skaliert. Und in M Plus ist es ja so, umso höher man geht. Also es gibt ja irgendwann eine Grenze. Da kommt es dann wirklich drauf an, dass man die besten Klassen mitnimmt, damit es überhaupt schafft. Aber im Raid-Bereich, auch auf dem mythischen Schwierigkeitsgrad, ist es ja so ausgelegt, dass es wirklich jede Klasse schaffen kann. Vor allem, wenn jetzt auch Nervs reinkommen. Dementsprechend müsst ihr da gar nicht so drauf achten, was ihr irgendwie im Raid spielt. Die beste Klasse oder so ist unnötig. Außer vielleicht der Feuermeier ist wirklich sehr, sehr schlecht aktuell, was Single-Target-DPS betrifft. Aber wird ja auch gebufft. Und ja, beste Klassen im Raid. Ähnlich eigentlich auch wie in Mythisch Plus. Vergeltungspladin, Schattenpriester, Verherrungsrufer und Furorkrieger. Das sind die besten. Dann Arkan-Magier ist halt ganz nice im Raid. Der beste Mage-Spec im Raid. In Mythisch Plus der schlechteste. Im Raid der beste. Und auch der Hunter ist hier gut dabei. Also ändert sich schon einiges im Vergleich zum Mythisch Plus-Bereich. Hunter ist hier relativ gut dabei im Raid. Genauso wie Demo-Hexer sind gut dabei. Verwürfungsdemoniker sind auch ganz gut dabei in Mythisch Plus. Gleichgewichtstruiden sind gut dabei in Mythisch Plus. Täuschungsschukle gut dabei in Mythisch Plus auch. Zwar Stammungshexenmeister ganz gut. Und unheilig Todesritter, ne? Das ist halt das Schöne, ne? Im Raid-Bereich sind die Klassen, die im Mythisch-Plus-Bereich vollkommen abstinken. Auf dem letzten Platz teilweise landen. Im Raid-Bereich sind die dann relativ gut dabei. Zumindest auch im Arktier. Hier der Treffsicherheitsleger, der Demo-Hexer und der unheilig Todesritter. Und dann geht's weiter mit dem Verstärker-Shamane. Mythisch-Magier, Gebrechen-Hexenmeister, Tierherrschaftsjäger, Elementarschamane. Elementarschamane dagegen hingegen, ne? Im Vergleich zu Mythisch Plus, Verstärker-Shamane und Elementarschamane nicht so gut im Raid. Aber dafür besser in Mythisch Plus. Also hier wechselt sich das Ganze so ein bisschen durch. Und dann Gesetzeslichkeitsschurke, Meuchelschurke. Auf jeden Fall auch besser dabei im Raid als in Mythisch Plus. Auf den letzten Plätzen dann Waffenkrieger, Überlebenssjäger, Feral-Troide, Frost-Todes-Ritter und Feuermagier. Auch hier Feuermagier ist ja ganz gut dabei. So einigermaßen noch Mittelfeld im Mythisch Plus. Aber im Raid ist er auf dem letzten Platz. Das ist schade für die. Gut, dann hab ich hier nochmal auf Mythisch Plus umgestellt. Hab ich ja schon durchgenommen hier alles. Also wenn ihr eine Klasse sucht, Fernkämpfer zum Beispiel, dann würde ich euch für Mythisch Plus empfehlen, Schattenpriester, Gleichgewichtstroide oder Verheerungsrufer zu spielen. Beziehungsweise Elementarschamane geht auch noch. Das sind die Empfehlungen, die ich für euch gebe, wenn ihr jetzt für Mythisch Plus einsteigen wollt. Wenn ihr jetzt Midi-Spieler seid, dann auf jeden Fall Ritri-Paladin, besser noch Täuschungsschurke würde ich sagen. Oder halt Vorhohrkrieger, Verstärker, Schamane, Verwüstungsdämoniker, Windläufer, Mönch. Das sind so die Midi-Specs, die guten Schaden machen in Mythisch Plus. Die würde ich euch auch empfehlen. Bei den Tanks würde ich euch empfehlen für Mythisch Plus Schutzpaladin auf jeden Fall zu spielen. Vor allem in Packgruppen am besten. Ansonsten geht auch noch Rachsuchts-Simoniker, Plutus-Ritter und Wächter-Troide klar. So ist es nicht. Bei den Heilern, wie gesagt, könnt ihr die fünf Heiler-Specs alle gut spielen. Wiederherstellungsschamane ist der Beste natürlich. Aber ansonsten, wenn ihr keinen Bock habt auf Schamane, könnt ihr auch gerne Wiederherstellungsschamane, Disziplinpriester, Bewahrungsrufer oder Heiligpaladin spielen. Nebelwirker-Mönch und Heiligpriester würde ich euch eher nicht empfehlen. Heißt nicht, dass die Klassen, die ich euch hier nicht empfehle, die unspielbar sind. Nur das sind halt so aktuell die Besten und in diesem Video geht es ja um die besten Klassen. Dementsprechend würde ich abschließend sagen, wenn euch das Video gefallen oder geholfen hat, gerne noch ein Like da lassen. Wenn ich da nicht, schreibt mir gerne eure Meinungen in die Kommentare. Würde mich interessieren, was ihr so von den besten Klassen aktuell haltet. Ist eigentlich fair, ist gut durchgemischt, ist relativ gut gebalanced. Vor allem im Heiler-Bereich ist es sehr, sehr gut gebalanced. Ist im restlichen Bereich nicht so gut, aber da ist es halt auch einfach sehr, sehr schwierig, das alles gut zu balancen. Ist ja auch egal. Letztendlich sollte man eh das spielen, was man am besten kann, beziehungsweise das spielen, was einem am meisten Spaß macht, beziehungsweise bereitet. Ansonsten würde ich sagen, bedankt fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020